Are you ready for some Armstrong? Hey, ho, die Hirscher Show! Der beste Skifahrer und die große Morgenshow des Landes. Das ist die Ö3 Superkombi. Recht schönen guten Morgen, liebe Ö3-Hörer, da spricht Marcel Hirscher. Ja, Robert und Philipp habe ich heimgeschickt. Die dürfen heute mal sich wieder ins Bett kuscheln oder was auch immer. Jetzt übernehme ich. Und warum darf ich das Ganze? Das ist der Gewinn aus der Ö3-Ski-Challenge in Schlabming. Deswegen ist wahrscheinlich der bedeutendste Sieger soweit für mich. Und ich würde gleich mit meinem Programm und mit meiner Playlist starten mit dem ersten Song. Zu Ehren meines kleinen Bruders. Hey, brother, for the Mikey Orks. Viel Spaß damit. Die Ski-Challenge in Schlabing gewonnen, den Ski-Weltcup überlegen gewonnen. Wie ist das Gefühl, jetzt da zu sein? Super cool. Das ist wie mein zweites Warnsimmer schon fast. Nein, schmier ole. Es ist immer wieder schon eine große Aufregung für mich. Es ist natürlich alles andere, wie das Gewandte um diese Uhrzeit. Wirklich jetzt fort muss sitzen. Ich freue mich riesig. Es ist eine coole Gelegenheit. Wer kommt zu dieser Chance und einfach zu dem, dass er die größte Morningshow moderieren darf. Also für mich ist es echt, heute ist schon ein ganz großer Tag. Da muss man schon eine Ö3-Challenge gegen uns gewinnen, so wie du. Wir haben übrigens eine neue. 42 gegen einen beim Vienna City Marathon. Jeder der 42 Ö3-Hörer muss einen Kilometer laufen. Und wenn wir gewinnen wollen, muss jeder unter drei Minuten bleiben. Würdest du dir das zutrauen? Ganz ehrlich, es ist, glaube ich, wirklich die schwierigste Challenge, die bis jetzt so verlangt worden ist von den Teams. Da musst du schwarteln, bist du teppert. Also da musst du echt einen guten Speed haben. Schwarteln hat bei mir in der Steine immer keine andere Bedeutung. Hier die aktuellen Verkehrsnews von Lisa Hottwagner. In Oberösterreich, da ist die A25 Welser Autobahn Richtung Linz bei Wels Nord gesperrt. Ja, guten Morgen. Da spricht Marcel Hirscher. Ich bin es wieder einmal. Und ja, ich hoffe, ich habe bis jetzt noch keine Hörer verloren. Das wäre natürlich sehr schade, aber nichtsdestotrotz. Ihr müsst sowieso durch für die eine Stunde. Keine Chance, Challenge gewonnen und jetzt bin ich da. Und mir taugt es extrem, dass ich meine Hits spielen darf. Ich hoffe, ihr habt auch einen Spaß damit. Und ja, in den nächsten Tagen, wie wir wissen, Osterferien. Sprich, am Sonntag kommt der Osterhaus. Ich bin voll motiviert. Ich hoffe, ihr lieben Kinder auch. Und ich freue mich aufs Osternessel suchen. Und ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Song. New Shoes von Paolo Nuttini. Viel Spaß. Österreich steht auf. Hirsche legt auf. Jetzt auf Ö3. Leider ist die Stunde schon wieder vorbei. Leider, wirklich. Hat es super viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, für euch war es auch. Ja, ich hoffe einfach, ihr habt es ausgehalten. Und dass ich wieder kommen darf, wäre super. Und Philipp, was meinst du dazu? Du, Marcel, prinzipiell ganz okay. Mein Problem ist nur, dass ich jetzt arbeitslos bin. Wir machen einen Tausch. Deswegen sage ich besser nichts. Ich halte mich zurück. Ich lasse einfach den Applaus für Sie sprechen. Dankeschön. Großartig, Marcel. Wirklich fantastisch. Und das Angebot, dass du wiederkommst, nehmen wir gerne an. Ja, ich freue mich drauf. Und ja, ich würde mich verabschieden mit meinem letzten Song. Für mich, wenn nicht der beste, Radioactive von Imagine Dragons. Habt's einen schönen Tag. Für euch. Und ich lasse euch jetzt wirklich in Ruhe für den Sommer. Ciao. Hey, ho, die Hirscher Show. Heute im Heldradio.